Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind Folge Nummer 27 von Simo Trans mit dem Comic Pack. Ich habe letztes Mal ein bisschen geguckt, also nicht letztes Mal, da haben wir ja festgestellt, was da den Fehler haben, ich habe zwischen dieser Folge geguckt, dass ich mal die Bahn hier runtergenommen habe von der Linie und dann konnte man in Eislingen sehen, dass komplett alle, die zu Mettmann Erlkönig fahren wollten, hier Erlkönigweg fahren wollten, hier alle weg waren. Das heißt, es gibt keine zweite Linie oder sowas, das ist definitiv gelöscht. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass der nicht mitnimmt. Ich habe dann testweise einen anderen Zug mal draufgesetzt, bin mit dem losgefahren, genau das gleiche in grün, der fährt da dreimal dran vorbei, nimmt alle mit, beim vierten Mal war es, glaube, da hat sich das erübrigt, er lässt die Leute stehen und fährt einfach so weiter. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegt. Einzige Idee, die ich jetzt noch habe, ist, dass wir hier mal einen anderen Bahnsteigen machen, ob es daran liegen könnte, weiß ich nicht, werden wir gleich nach dem Intro uns mal angucken. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gucken wir mal, wie wir hier weiter vorankommen. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt hier den Bahnhof auf, haben bis jetzt, glaube, Güterbahnhof, Post, Fracht, Personen, können wir den so upgraden? Ne, geht leider nicht. Die neue Station muss einen höheren Level haben. Ah, das geht, gut, dann nehmen wir den Level. Und wollen dann hoffen, dass das besser dadurch wird, weiß ich nicht. Das können wir schließen. Hier gehen wir rein, gucken dann da. Lassen wir ihn mal schneller laufen gerade, bis der Zug wieder hier vorbeikommt. Wenn wir was Fenster mal nach hier rechts, dann sehen wir den länger. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Wird er gleich hier irgendwann vorbeikommen, obwohl er fährt weiter Stadt und Öhr an. Das ist natürlich eine ganze Ecke da unten. Da ist er. So, 37 Passagiere. Fährt natürlich auch miese dadurch vielleicht ein. 198 warten da jetzt. Er fährt ein, hält an und nimmt nicht alle mit. Ist aber auch nicht voll, oder? Nö, 23. Hat auch nichts gebracht. Also am Bahnsteig liegt es auch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Wer dieses Problem kennt und weiß, wie man es lösen kann, der möge es doch bitte in einen Kommentar schreiben. Ich bin jetzt gerade überfragt und finde ich so ein bisschen doof gerade. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran es liegen könnte. Können wir gerade noch vielleicht den Bahnsteig um eins verlängern oder sowas. Oder auch um zwei. Aber das ändert wahrscheinlich auch nichts an der ganzen Geschichte. 601 Passagiere können da hin. 25 Post. Und das wäre hier, glaube ich, Gepäck. Da ist null. Gäste 931. Menge. Können wir das auch noch anders sehen. Ja, hier so. 181 Passagiere über Mettmann. Ja, das ist so ein bisschen spooky dann. Ich fahre nochmal einmal schnell die Runde. In die andere Richtung fährt er nach Weiterstadt zum Beispiel. Da steht aber keiner. Also die Richtung kann er jetzt keine stehen lassen. 200 Passagiere über Mettmann, Erlkönigweg. Weiterstadt war er jetzt. Der Lilienweg nimmt er jetzt mit. Da sind sie alle drinnen. Da unten ist auch Erlkönigweg dabei. 35 Passagiere. Jetzt fährt er wieder nach Weiterstadt. Da kommt er da vorbei. Hat 58 Passagiere jetzt. Und 231 nach Mettmanns Wollen bei Eislingen. Da ist er jetzt. Jetzt ist er natürlich voll. Und die wollen alle zum Erlkönigweg. Ja, passt. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Okay, lassen wir ihn erstmal so fahren. Er fährt jetzt hier die Miesen ein zur Zeit. Ich will hoffen, dass das sich dann mit der Zeit auch ergibt, dass das nicht so ist. Gut, was haben wir sonst noch zu tun? Das ist die Frage. Ich glaube, wir sind letztes Mal schon über die ganzen Dingens gegangen. Ich sage schon Städte gegangen. Aber wir können das ja nochmal gerade checken. Was machen denn hier unsere Bötchen eigentlich? Null Passagiere geladen. Sind hier welche? Da stehen 55. Drei nach Mettmann. Zwei nach Zittau. Der Rest will rüber nach Bad Zwischenahnen. Das ist ja das Richtige. Lass mal gerade einmal da vorbeikommen. Ja, das kann jetzt nicht sein, oder? Die sind auch nicht eingestiegen. Hier warten schon 50 Passagiere. Wo fahren die denn bitte schön lang dann? Irgendwas ist faul an dem ganzen Werk hier. Jetzt müssen wir nur gucken, dass hier mal gerade ein Zug vorbeikommt. Ist aber gerade keiner da, ne? Da ist er. Folgen wir dem mal gerade. Der fährt 24.000 Miese ein. Der hat jetzt noch Zittau, Zittau. Jetzt fährt er weiter zum Hafen. Hat aber keinen einzigen Passagier für den Hafen dabei. Beziehungsweise für Bad Zwischenahnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob er da anhält, ne? Äh, was er da macht, wenn er anhält. Zittau mit... Ja, er hat die mitgenommen, die er mitnehmen sollte. Achso, das ist schon offen. Ja, dazwischen an, die stehen jetzt 63, ne? Er hat keine mitgenommen. Fahrzeugdetails. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Ist denen das nicht gut genug, hier anzuhalten? Äh, das ist noch hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es noch weitere Schiffe gibt, die hier anhalten. Sonst haben wir ein Problem irgendwie mit dem Spielstand oder, oder... Sag schon, äh... Mit der Version oder so. Da kommt wieder ein Schifflein an. Stopp, knapp. Naja, war doch gepasst. Gut. Jetzt geht es hier wieder dunkel. Hab ein Licht aus. Akku leer. So, jetzt nimmt der einen mit, oder nicht? Hält an. Und fährt ohne los. Tja. Das ist jetzt nicht so toll, ne? Ich weiß nicht, wo das Problem da liegt. Keine Ahnung. Das macht gerade dann jetzt nicht so ein Feds, das weiterzumachen, ne? Woran liegt das? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt diese hier alle auch wegschicken würde, aber das dauert zu lange auf See, da funktioniert ja nicht, ne? Wenn ich jetzt die Linie zumachen würde, sozusagen, dann würden die nicht abgeholt werden, oder? Hier kommt auch noch einer. Nimmt auch wieder keinen mit. Und hier gibt es aber eine Linie, ne? Ja, Fahrzeug 10 Stück vorbeigekommen. Da warten auch die, die zum Rathaus wollen. Mal gucken, ob die weniger werden. Kutsche ist wo unterwegs? Da. Ne, Kutsche hat das auch nicht mitgenommen. Hier fährt wieder vorbei, nimmt keinen einzigen mit. Hier, Null drinne. Ja, das ist jetzt schlecht. Ganz schlecht. Ich denke, dass ich mal schauen werde, dass ich ein anderes Nightly, ist, glaube ich, ein Nightly, was ich hier am Laufen habe, da werde ich ein anderes mal aufspielen und gucken, ob das Problem dann gelöst ist. Ist eine kürzere Folge jetzt, wir brauchen da jetzt gerade nicht weitermachen. Ja, wie gesagt, falls einer eine Idee hat, ich würde das mit einem anderen Nightly nochmal probieren, ob da irgendwo der Fehler dann weg ist. Gucken, ob es ein Update für das Comic-Pack gibt, weiß ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir es nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Auber habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer es nächste Video gelade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.